so So, Hallöchen und Herzlich Willkommen! Wir schmeißen jetzt hier ein kleines Ründchen Aram dazwischen zur kleinen Abwechslung Der Kampfkeks-Schwur ist am ersten Mal dabei als Leblor, hallo! Hallo! Der Vanos als Nedali Benen-Style die Banane als Lucien Moinsens! Und der Justin, der Lupus als Cassiopeia Ja, auf den ersten Blick haben wir richtig schöne Champions gekriegt Die haben Aram ausnahmsweise Aber, das geht noch besser, oder? Die Gegner haben auch, die haben einen Timo Ja, ich erstmal richtig geil mit falschen Wunen und Masteries Ja, und ich ganz geil hat mir grad Heelpots gekauft Mit Shittlesticks Das bringt's ja mal nett Marco, die kannst du aber umtauschen Gibt's jetzt diese neue Umtauschfunktion Was? Ja, guck mal in den Shop Da ist ja so ein, so ein, äh, neben den Sell-Button Also neben den Verkaufen-Button Wenn du nicht, nur nicht aus der Base rausgelaufen bist, dann kannst du das umtauschen Echt? Ja, das ist nur auf Aram so Ja, das ist nur auf Aram so Dummerweise bin ich jetzt schon ausgelaufen Nein, auf allen Maps Auf allen Maps ist nicht so Geil Voll der, voll der soziale Händler Ja, aber echt Da wird ja gar kein Geld verdienen Die Aufwärts Die hinterlegt haben wir einfach wenn man ganz ganz weit weg ist Mit den 2.000 Namens Holy Shit Na ja Boah, dass Timo mich blinden muss, ey. Wirklich. Das ist ein Dreckst Timo, ey. Tu es! Nein, dann kommst du dir Dreckst Burial. Den Turm, den hab ich halt lieb, oder? Ja, wo ist ein Pfuh? Ich will ihn füttern. Ja, du hast aber keinen Vorausdeck dabei. Doch hab ich. Was tun dabei? Bei Meisterschaften. Stopp! Boah, da muss... Irgendwer ins Guildshot. Niederlegen, ist schwer. Lamp! LOL! Verdammt! Ich hatte es komplett geleckt. Gar nicht sehen. Geleckt? Oh shit. Vielleicht wird dich verreckt, verreckt alle leh. Das hat doch... Leblanc ist okay. Ein bisschen... Ah, verdammt, ich hätte sie bekommen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Und Marco, du sagtest, du ist ja ne Scheiße, also ich mag ihn. Ich mag den gar nicht. Äh, unterlasst es mal bitte aus nem Busch anzugreifen, weil dann wird der Rast hier immer aufgedeckt. Ja, da ist nicht so der Rall. Und das? Scheiß Grail. Was kannst du überhaupt? Boah, die Dirk, der Leber war jetzt böse. Boah, das war richtig gut von Alistair Hat mir auch gefallen Die sind so blöde Boah, ich hasse das Boosius Mana Probleme sind so abartig Ich hab 5 Mana trinke Hab gar keine Präzente Ja, Timo, Maschine Also ich bin schon Level 6 Gar nicht wie die Ultimate aussieht Boah, die Das Crawl Control Komm schon, greff Nein Ich fühle mich gemobbt Ja, was soll ich machen, wenn ich low bin? Soll ich mittendrin stehen und dann die Zünden oder was? Gar nicht zünden Boah, es kippt ja mittlerweile viele, die sich mit Lucy in einem anderen Mono holen, aber ich bin da eh nicht so für Pure damage Stimmt, aber echt Ich spiele Cassiopeia übrigens gerade zum ersten Mal Boah, nur weil sie free to play ist Boah, genau Und so nicht freiwillig Ja, aber gefällt mir Loll Oh, aber Nein, ich wurde ignited Dankeschön Dankeschön Ah Dammt Tod Wup Bleib mir hier kurz stehen Er macht das schon Pfff Wir nehmen du Bros Mana Der Flash war jetzt nötig Der Flash war jetzt nötig Was war noch? Wir euch aber noch voll auszahmen konnten jetzt vielleicht, mir geht es hier immer voll am Arsch vorbei Ui Marco, komm her Ja, genau, den Minion, den ich gerade austrock, den muss ich mal angreifen So, Maschinen Boah Ja Pass auf, das sind böse Aaaaaaah Warum hat der Idiot ignited? Um dich zu töten Wäre nicht mehr nötig gewesen Wäre nicht mehr nötig oder wie du sagst? Hab ich! Nein, ich hab die... ich hab das nicht aktualisiert, schon länger nicht mehr, aber... äh, normalerweise hab ich oben links so ein Layout über LOL Ja, das haben die, glaub ich, deaktiviert Topic, ich hab ein... ich hab ein Dings aber nicht aktiviert... äh, aktualisiert. Keine Ahnung. Bei manchen Spielen wird es sogar als Hack gesehen. Nur damit du weißt, wer spricht, oder was? Ne, so ein Layout wird halt oft als Hack erkannt. Ist halt einfach so. Der Arme. Das war dumm. Er wird gemobbt. Auf den Timo! Alter, was drückt denn der? Puh, Junge. Der war aber schnell down. Der Gegner wurde getötet. Ah, ich hab diese Oracle noch gekriegt, alles cool. Ah, ich brauch den! Der ist tot. Der wär tot gewesen, aber... Nee, da trifft du mal wieder nicht. Sorry, sorry, tut mir leid. Ich hab grad... Ich bin gelegt. Der Keks. Ja, ja. Ja, jo. Ich hab auch keinen Mana mehr. Dann kauft er was. Geht ein bisschen schwer, wenn man sich nicht kaufen kann. Ja... Ja... Ich hätte mir aber auf jeden Fall ne Träne geholt. Okay, so. So, Leute. Ich lag grad mega cool. Ich hab echt leid. So, wieso? So, einigermaßen geht's wieder. Das ist so cool, wenn ich sie kende. ja läuft jetzt sollte man aber auch irgendwann mal den tower attacken toll ich bin in den pilz gelaufen gesloat hab ich hat er hat er und auch immer mit ansage wenn es schon fliegt dann kann ich es auch sagen oder die uhr durch die vier guter vier hat sie mir nicht tot Kutsch den, kutsch den, kutsch den! Oh, Alisson nimmt euch jetzt auseinander. Die Maschine. LOL! Das, 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 diese... Wundert ist, dass mit Soraka noch nichts geht. Ey, diese, diese Lifestyle-Klinge, da wurde das, da wurde das, da wurde das BF-Sword, wurde da vorweg gemacht. Aber ist jetzt ein Pickaxe. Du hast jetzt Belege gemacht, glaube ich. Bei diesen Blutdingens da? Ja, ja. Ist schon immer so, glaube ich. Nein, das ist der kurzen, also, da wurde ja gebaut, wie der Blut ist da auch normal. Das muss, das ist aber schon lange. Ey, das ist mir nicht aufgefallen, ich spiele so selten nachher. Äh, was denn? Diese Blutklinge. Blutklinge, das ist die ohne Riesenschwert, aber das ist bei mir. Äh, die ist seit, ein oder zwei Wochen so. Ja, ich spiele so selten nachher. Ne, ich weiß es nur, weil es ein Freund mir erzählt hatte. Scheiße, dein gesund ist das so, Gimme mehr, gimme mehr, gimme mehr nochmal. Gimo more. Ich hab' ich! Oh Gott! Pack'n Timo! Timo! Oh, da wird der Kill-Guy! Ich bin der Bloor, ich kann ein Kill-Guy werden, wie ich will! Nein, ich sterb! Was sterbt ihr denn da alle? Ich hatte jetzt 5000 Gold oder so Was? Bin ich der Einzige, der hier immer stirbt? Ich bin auch schon dreimal gestorben Ich bin das zweite Mal gestorben Ich bin viermal gestorben, ich hab aber schon 10 Kills Ich bin dreimal gestorben, auch schon viel Geld Auch schon drei Kills meine ich Also die Riven-Wulti war gut Äh LOL, der Crit Da ist fair! So Der Griff war jetzt nicht heftig Der Griff war jetzt nicht heftig Oh Geht hier vorne Wie geil, ich hab' den aufgedeckt Wusstest du das gar nicht? Dass ich sowas kann Ich kann nicht warten Ich bin gleich tot Nicht solange ich's verhindern kann Ich hab' fast die Heilung eingesammelt Hab' ich! Nein Der ist schon längst tot Hab' ich! Ich webe das einfach durch Ich kann einfach Hier, die Ulti war richtig gut von ihm jetzt Mein auch Mit dem Skin sieht das viel brutaler aus, die Ulti Ja In meinen, oder was? In meinen, oder was? Ja Oh, oh Glaube ich auch Ja Lad mal dein Leben auf Ja Wahrscheinlich glaubt die ganze Zeit Ähm Alistair Ich krieg den 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 Ich krieg ihn Zack Das ist kein Grund hier ans Mikrofon zu pusten Wie hat Marco damals gesagt, als ich Mundo gespielt hab' Nur weil du der Tank Weiß ich nicht, dass du den Damage fressen musst Ich bin der ganze Zeit rumgefahren Damage, Damage, Damage Aua Nein, 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 nein Geh weg Geh weg Geh weg weg Jetzt kann ich snipen Oh, oh, nice Geh weg weg Geh weg weg Hab ich Einen davon Boah Boah, das hat Nein Das tat richtig weh Oh, LeBlanc Ja, ja, ja Net Triple Steel Ich hab da grad einen, ich hab grad einen genommen Ja, man kann niemanden, nein, 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 was können Das ist halt so, das ist halt Ego Play Die ganzen, die ganzen Spieler, die sagen ja, das ist Aram, hier gibt's kein KS Ja, ist auch so Ja Ja Oh, komm Hier gibt's kein KS Zwei Minuten später, OM GKS Nei, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht! Nein, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht! Die Kriegen dich Die immensely ja das war absehbar ist aber richtig geil immer auf die nunme kann es sein entweder sind wir so gut oder die so schlecht ein bisschen von beiden die sind schon ziemlich schlecht und die pistolen sehen blöder bei dem skin aushaber die attacken sehen geil aus ja die skills sind mega mit dem mit dem skin naja das meine ich ja wie die rippen mich einfach jedes mal meine ulstern das geil ist auch nur das hier ja du hast es weile gezogen ja kann man auch mit normal ja aber das ist nicht rot kassiopia nein das violence geht viel zu lange omgkl wo gehe ich denn da noch rein frag mich doch nicht nicht aus der dreck nein ok die der kommt nicht gegen den riven klar Ich nicht. Niiiice! Leute, guck mal, da ist Cassiopeias der Bug des Assist-Build. Das alte. Dass sie den Bug immer noch nicht gefixt haben. Oh, das hast du gar nicht gesehen. Komm her! Du hast es mit deiner Aufnahme, da musst du nachgucken. Dieses Horn. Dieser Sound. Schlecht. Sound eines Horns. Wie gesagt, es gibt keine Cass. Doch. Ja, wie geil. Synchron explodieren zwei Pilze. Ja, die Pilze machen uns doch ein bisschen zu schaffen. Bisschen, ne? FAY! Oh, danke. Boah. Headnut. Hat er mich kurz weggenutzt. Komm her! Ich hätte ihren Dreckstun raus, endlich! Das war ne schöne Ulti. Wow! Wow! Steht da noch ein kleines Viech. Ich hätte ihn der KS, aber ich hatte zu wenig Leben, sorry. Wow! Draco OP. Schade. Das lebt los. Schade, er wollte wieder kaisen. Es gibt keinen Kais. Mir kann man nicht kaisen. Nein. Ich hab mich natürlich... ja genau. Es gibt keine Kais. Nein. Keine Ulti. Hauptsache, er flasht. Weitere drei Sekunden und dann ultet er. Warte. Nein! Nein! Ja, endlich! Ich wollte eigentlich in den Busch bringen und wenn wir in den Busch gelaufen wären, welche Brücke ist ein Punkt. Du Arschloch blöde. Es gibt keine Kais. Aha. Nein. Nein. Marco! Hm? Yes! Ah! Donnie, Stontenglas, wenn du deine Ulti ziehst. Danke. Ich hab den Kill Ich spür Dankeschön Ah, ich wollt den K.I.S. 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 Gib den gleich Den hätt ich noch bekommen Auch wenn ich tot war Zack Ok, das hätten wir irgendwie früher machen sollen Aber auf ihn kloppt der trotzdem was, dass ich viel langer rauch Sollten wir nicht mehr für den Nexus machen? Ne, er wartet auch nicht Ja, ok So Ja, so schnell kann ein Ründchen Aram funktionieren, wenn man so Champions hat wie wir Ja, so schnell war's auch nicht Aber die haben Timo gehabt? Timo war useless, der hat jetzt eine tolle Aktion gehabt Der Rest die Pilze Ok, das war das einzige, weshalb das Team nicht komplett abgestunken hat Und Alistar war strumsblöd Nuno, der hat glaub ich irgendwie geleckt, keine Ahnung Der hat seine Ulti jeden öfters verkackt Ja, knister knister Bevor wir hier noch weiter knistern, sag ich mal Danke fürs Zuschauen, tschüss Tschüss Tschüss